ich bin einfach schuld die also ich muss das ding jetzt anziehen wie ein jetpack normalerweise bei mir war das dann einmal aufgeladen jetzt geht es nicht mehr hier der meinigen laser wird davon nicht aufgeladen ach man muss damit arbeiten da muss man wahrscheinlich ganze zeit anhaben und arbeiten weil meins ist jetzt leer und wenn ich anziehe und selbst versuche damit was abzubauen geht es nicht weil ich halt weil da keine energie hat und ich kann aber nicht ob ich abbauen als maul du scheiß zombie hier auf jeden fall geht das an aber nur mit der drühe kann sein so was ist das hier wissen nicht auf jeden fall immer nüssen und weiter geht's wenn es gehen würde denn den 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 alter des bruchs ja auch jahre ok geht das hier überhaupt alter sollte vielleicht mein jetpack wieder anziehen nicht einfach sein gemacht ja so müsste das ja theoretisch reichen wenn ich jetzt das abbaue dann müsste es doch gehen diese riesenfläche ich weiß gar nicht ob er überhaupt richtig arbeitet bestimmt dann ist sie einmal aufgeladen so ok ja ok gut dann lassen wir hier die chor wie mal eben einmal arbeiten würde ich mal sagen dann gehen wir mal mit der energie teleport zu ich denke mal ja ich kann es ja nicht sehen hast du diesmal weg und gemacht ja klar ich mache mir auch mehr punkt und potte mich mal hin warte l-waypoint quarry minus 320 moment so quarry also x ist minus 320 ja z ist minus 811 ja und y 58 50 ok dann sollte es direkt bei der corby raus es hat auch gemacht ok aber eigentlich sollte es mit der energie funktionieren ich sehe jetzt nicht ob die arbeitet die fängt an irgendeiner ecke an ja das kann ich deswegen kann ich das ja auch nicht beurteilen ob die arbeitet oder nicht also müssen wir warten eigentlich die fängt auch manchmal irgendwie mittig an glaube ich weiß es nicht so auf jeden fall hast du schon den item tesserakt irgendwo hingestellt du hast hier nur so einen dunklen raum ausgehoben ich wollte da hinten alles hinbauen nur irgendwann war dann meine meinung der also wollte ist hier hinten jetzt das ding hinbauen oder was also den boden als einfach noch clean zu machen dann wollte ich anfangen zu bauen ja machen wir dir kisten oder oder gold da ist abwärts ja ich weiß da geht überall abwärts so ich schmeiße jetzt erst mal cobblestone hier wieder in die kiste rein guten abend so jetzt erstmal mein mining laser hier wieder raus schmach ist noch gar nicht fertig so clean stone haben wir wo keine ahnung ob wir überhaupt noch clean zu haben doch hier kann ich hab schon welchen ich wollte mir auf jeden fall gerade welchen brennen alter brenner doch ich bin zu heiß ja ich bin zu heiß ich stehe in flammen so du hast ja die dinge statt einfach um stehen zu bleiben guck mal hier ist eine scheiß zombie wo siehst du denn deine zombie ich höre es ich höre es nicht das gut ja da ist wahrscheinlich immer zu leise was hast du denn mein kopf zu haben ich habe ihn auf 15 prozent ich habe ihn auf 9 dann müsstest du den grad voll gehört haben wenn du den auf 15 hast ich habe den nur auf 9 und hab den vielleicht stand ich vielleicht standest du auch näher dran so hier ist noch so ein leichtes loch ja trotzdem müsstest du es gehört haben weil du auf 15 prozent dass ich auch auf 9 gehabt ja also ist doch logisch auch nicht gerade laut bau hier oben noch fertig du hast noch clean stone ach hier oben ist auch noch er gut dann bau kannst du schon mal den die die transportpips habe ich schon dann kannst du schon mal den tesserwert aufstellen fertig fertig die sollten doch nicht anmachen weil sonst kommen ja gleich ein paar items geflogen ja wohin stellen wir denn die kisten ich dachte wir bauen die hier hinten immer so einen reihen ich hatte eigentlich ich hatte eigentlich gedacht dass wir den tess dass wir den tesserekte hier irgendwie mit dem mittel des raums stellen und dass wir das da hinten bauen so wie hier da haben wir Eisenkisten, Moment ich komme ich komme so das bauen so wie hier halt mit den Eisenkisten, also als wir das Teil in die Mitte des Raumes stellen ist ja häsig ja aber das Problem ist, wir haben nicht so viel Golden Prince Poppile und wie wolltest du das denn sonst machen? ich brauche ja auch nicht um den Golden Prince Poppile, sonst machst du welche ich meine ist ja nicht so, dass hier ja außerdem, wir können hier ja auch Türen hinmachen das ist ja nur Übergangsweise, du kannst auch hier hinten mitten in den Raum stellen und dann so machen so ist ja voll häsig so, so geht doch ne, ist ja voll häsig ja, wie willst du es denn sonst machen? ich stehe nicht im Weg also kann ich schon mal anmachen, ne? ja, Quoowee ja, da hat eh du wahrscheinlich noch ein paar Stunden, bis das Ding richtig anfängt ja, keine Ahnung ah, renne ich in meinen Weg meinst du die reichen dafür? ja klar locker, das sind Eisenkisten, ja also dann kommen wir dir doch schon ganz schön klein vor können wir die nicht upgraden noch? ja, aber ich mach mal kurz, ne? ich mach ein paar Upgrades gut und dann können wir jetzt ja auch noch in dieser Aufnahme vielleicht ein paar Kisten sortieren zur Not also mal langsam anfangen damit und das ist nach Time Set 0 mein Gott, so so, hm das ist doch eh scheißegal äh, hier auch Iron to Gold ist doch leicht also das hier war irgendwie wahrscheinlich auch Ressourcen sparender als unseres, wa? wie wir es sonst gemacht haben, wie Idioten äh, wahrscheinlich auch noch was es braucht auch, äh, es braucht auch ach, Gold, aber ein Eisen halt in der Mitte also mach ich das mal kurz YOLO ach, Albonohr hab ich auch noch im Moment so schmeiß rein den Scheiß so, was wollt ich jetzt wie viel brauchen wir? äh, wie viele Kisten hängen denn da hinten? keine Ahnung, mach genug ich weiß nicht mach genug, mein Scheißverpackung ja, wir können doch, wir können doch mehr wir können doch mehr, äh, upgraden wir müssen doch da auch wir können wir wollen ja hier vorne das eh alles ein bisschen um lagern nach hinten und hinten stehen ja, ich hätte das Problem, mein Inventar war voll ja alter, okay gut du kannst da, äh, die sind im Project Table man kann immer nur ein also man kann die nicht stacken du darfst also eins hin drum rennen weil mir fast mein ganzes Inventar voll ist ist geupgradet ja, okay, hier yo, es geht schon los alter, das geht ich seh schon was bist du bei Curry? ja, ich wollte einmal gucken das Teleportool ist schon ganz schön geil, ne? ja ja ja, hier läuft hier läuft bei dem läuft das hier ich bereiße gerade alles mit dem Mining Laser ab also ich helfe dir ein bisschen ich unterstütze sie ist ein freundlicher Mensch dass es schneller geht ja, ich will nämlich endlich mal Items haben oh, hier sieht man sie ein bisschen das ist aber auch nicht so wild die sieht man ganz geil ein bisschen hier an der einen Seite da hier sitzt so ein kleines Loch oh, jetzt das Ding ja, okay dann würde ich mal sagen dann kommen wir jetzt hier mit unserer Drill und dem Bedpack oder hinten haben wir schon den ersten Zombie Halli, Hallöchen wie sieht's aus, mein Freund? guten Tag so Juden so also hier geht's echt schon voran würde ich mal sagen ja, das passt was ist das hier eigentlich? Amber? was ist denn Amber? keine Ahnung irgendwas ich auch nicht ne mit haben wir schon ein bisschen in der Kiste was ich weiß zwar nicht wozu das gut ist aber wir haben ein bisschen was oh scheiße ich auch nicht doch war gefällt so, ich nehme hier auch gerade noch ein paar Steinchen mit was ist das denn hier? keine Ahnung mitnehmen so, da haben wir auch noch ein bisschen Amber also ich komme gleich nochmal den Laser da aufladen ist schon geil so mit der Teleport Hals-Maul-Scheiß-Höhle ja, mit dem Teleport-Tool ist echt geil hast du das ich habe das davor gar nicht gesehen, ey ich kenne das schon länger von wem das denn? habe ich rausgefunden als ich auf Waypoints geklickt habe da habe ich Teleport-Tool gesehen und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und seitdem kenne ich das also ich habe es selbst rausgefunden ja ok ja, ich habe das keine Ahnung so und dann hier jetzt einfach mal abbauen den Scheiß was ist das denn jetzt eigentlich? Uraniumohr ach, das können wir auch gebrauchen, ne? bald zumindestens bald jetzt haben wir schon einen Tipp gegeben oh, 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 oh was haben die Bekloppen vor? oh, 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 oh jetzt weiß eh jeder, was wir vorhaben was haben sie vor? was haben sie vor? wollen sie jetzt so behindert sein und ein Atomkraftwerk aufstellen? Atomkraft, nein danke oder ja bitte? nein danke ja, nein danke aber in Minecraft ist das schon okay ja, in Minecraft geht das ja, in Minecraft geht das klar da können wir eine atomare Reaktion verursachen da ist das super geil da können wir auch mal so Dena spielen und Atombombe einfach mal so bauen hier gerade im Livestream macht ich würde den ja zugänglich sehen, aber ja, meine Güte, den kannst du dir auch noch im Nachhinein angucken ja, aber im Nachhinein ist das nicht mehr so spannend wie wenn er gerade live ist okay, stimmt aber ich kann sein, dass ich mir das vielleicht heute Nacht noch reinziehe so halt keine Ahnung im Nachhinein bisschen wir brauchen übrigens ich hätte den geht in das Miners Backpack geht da eigentlich Kobbelst und rein nee, oder? äh, nee wir müssen mal dringend die anderen Backpacks machen, glaube ich welche braucht man denn eigentlich ich, äh, ups welche braucht man denn ich weiß gar nicht wie, wie heißt denn das Backpack 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 Computers Woom Miners Woom Builders vielleicht Builders was ist Trackman denn? V ist das für ein Wald also Holz Hunters ist wahrscheinlich so die Fleisch und alles Adventures keine Ahnung, was das sein könnte ich glaube dieses Computer Ding ist es bestimmt äh, das Computer Ding ist eigentlich auch voll einfach das Computer hä? was für ein Computer Ding? die Computer Energies Backpack oder so was? Kannst du es doch für ein Computer haben? hä, nein aber ich weiß ja nicht wie man das sonst macht ich würde ich würde schätzen Computer da kommt irgendwie so von äh diesen Computer Coafter die Sachen rein okay hm hätte ich jetzt geschätzt probier einfach aus was ist Trackman? verstehe ich nicht okay Trackman ist komisch da sind Schienen drin ich ich meine es gibt ja auch Internet ne Carpenter musst du du musst dann aber einen Carpenter haben ne was ist hä wie ein Carpenter? ja wenn du die wenn du die großen craften willst also die 45 Stutz Teile achso dann brauchst du einen größeren ja wir können auch 15 Stutz Ding annehmen ist ja scheißegal das ist ja nichts was wir jetzt schon irgendwie keine Ahnung 10 oder so davon haben pro Person ja boah was ist das für eine Scheiß da und da wird meine scheiß Startseite geändert man und abbauen 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 die ganze Angelegenheit trala wir müssen auf jeden Fall dann noch kann ja gleich vielleicht auch noch wie hieß das Ding Carpenter Achso Trackman ja ich glaube wir können auch dann gleich nochmal ein bisschen ins Verzaubern eingehen denke ich mal und dann noch keine Ahnung mehr bauen weiß ich nicht man kann ja noch irgendwas kraften und wir wollen ja unten eh alles mal ein bisschen weiter nach hinten schieben die Truhen vor allem nix Justin ja da haben wir jetzt ja dann genug Zeit so das muss ich auch mal mitnehmen ich nehme alle wichtigen Ohrs mit die das Ding hier kaputt machen würde Geil dazu wurde noch nichts geschrieben oder doch da Ach Gott Hä ich verstehe das nicht Was verstehst du nicht Die Scheiße wenn man das auch irgendwie wo ist denn das Deutsche da ist genau so ein scheiß deutsches Viki oder so dann müssen wir jetzt weiter abbauen ja die Cobblestone kann ja ruhig so abbauen Ach keine Ahnung Jolo kein Bock Ja dann bau einfach das Teil werden wir sehen was das ist Meinst du ich so einfach bauen Ja Haben wir Schienen Hä Haben wir Schienen oder muss ich welche machen Ich weiß gar nicht Eine Bahnstrecke hätte ich auch mal richtig Bock irgendwie zu bauen Irgendwie war so Das haben wir das haben wir immer nie so im Together gemacht so eine schöne Bahnstrecke Ja wohin denn auch mal Lust keine Ahnung dann bauen wir dann noch so einen schönen Bahnhof oder sowas mal mal dann 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 auch dann auch dann Vielen Dank.